Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und es ist heute ein Morgens Gameplay. Was ist das eigentlich? Ja, ich nehme heute mal am frühen, frühen Morgen auf. Genau. Und heute zeige ich euch mal meine PlayStation 3 PSN-Freundesliste. Natürlich sofort am Anfang. Keine Sorge, ey. Da chillen wir uns jetzt mal durch hier, hauen uns das mal rein und gucken uns mal die ganze Sache an. Ja, meine Disc funktioniert nicht. Hier ist ein bisschen, haben ein paar Kratzer abbekommen und manchmal startet die Disc einfach nicht in das Menü. Das heißt, ich bin am Anfang vom Menü. Alles ganz toll. Und ihr wisst ja, am Anfang werden dir immer diese Bilder angezeigt. Zum Beispiel diese Frau oder zum Beispiel diese Polizistin, die diese Frau da verhaftet. Und da bleibt dieses Bild immer konstant. Selbst nach zwei Stunden immer noch gammle ich am Startbildschirm rum. Ich komme einfach nicht ins Menü rein. Also ganz blöd, das passiert halt, wenn man ein Haarriss in so einer Disc hat. Muss man wirklich aufpassen. Kann ich euch auf jeden Fall warnen. Geht mit euren Discs auf jeden Fall sehr, 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 sehr sparsam rum, weil es einfach sehr gefährlich ist. Und somit war es das eigentlich. Das war jetzt die PSN-Freundesliste. Und jetzt sind natürlich Leute dabei, wie zum Beispiel der Denosh. Ich kann mit dem nicht so viel anfangen, weil der auf der Xbox zockt. Und ich weiß, ich habe viele PC-Abonnenten, aber auch Xbox-Abonnenten. Ist da alles in Ordnung. Und ja, genau. Ich wollte heute mal ein bisschen über die Grafik sprechen. Grafik von Spielen natürlich. Und es gibt natürlich da immer so eine Sache. Ach, GTA 5 hat so eine schlechte Grafik. Gebt das mal bei Google ein oder bei anderen Foren. Ihr werdet richtig viel finden. Eine unglaubliche Sache. Wie kann man sowas behaupten? Natürlich hat GTA grafische Schwächen. Es ist kein PC, aber für eine PS3, die im Jahre 2006 gebaut wurde. Und so eine riesige Fülle, die wir hier sehen, auf dem Bildschirm gezaubert wird. Das grenzt wirklich, ich sag's ja wirklich mal, das grenzt wirklich an ein Wunder. Und ich kannte, ich gehe sogar so weit, liebe Abonnenten, dass das mit der Mondlandung vergleichbar ist. Ehrlich jetzt. Viele erinnern sich gar nicht mehr an die Mondlandung. Galt ja als technisches oder technisch größtes Wunder, was es jeweils gegeben hat. Und ja, das ist auf jeden Fall vergleichbar. So. Genau. Und schauen wir uns doch mal die Grafiken an. Wir haben hier tolle Wassereffekte. Wir haben hier tolle Fahreffekte. Wir haben einen Realismus. Der ist wirklich richtig geil. Die Wassertropfen prallen von der Scheibe ab. Und ja, selbst der Grip entsteht, also die Haftung von einem Auto. Also mehr kann man wirklich nicht verlangen. Und selbst die Leute hier, die fliegen realistisch um. Du kannst Tiere jagen. Du hast eine fette Weizsicht. Du hast Wüste. Du hast alles. Und das alles verzögerungsfrei. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Aus GTA 5 würde wirklich, würde wirklich das größte mögliche rausgemacht. Und wenn ihr mal an der Villa seid, dann werdet ihr eins feststellen. An der Villa im Single Layer, dann werdet ihr feststellen. What the fuck? Der Pool hat doch echt eine Hammer Grafik, oder? Und der Multiplayer, das ist so, ist einfach von der Grafik ein bisschen nach unten geschraubt. Das muss man akzeptieren. Das ist so. Und muss man akzeptieren. Ihr müsst die Fülle sehen. Und klar, wer auf einem alten Röhrenfernseher zockt, oder selbst auf einem HD-Gerät, der wird nicht die Vorzüge von Full-HD erkennen. Weil Full-HD die GTA 5 auf der PS3 oder auf der Xbox deutlich besser aussehen lassen, als auf einem ganz normalen Standard-HD-Fernseher. Könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Ihr werdet sehen. Tipptopp. Schreibt mal eure Sachen rein, was ihr von der Grafik haltet. Oh Gott. Jetzt haben wir einen neuen Glitch entdeckt. Ist ja Hammer. Ha. Geil. Ja, habt ihr das gesehen, Leute, wo wir gerade sind. Ich zeig's euch mal auf. Oh, geil. So, jetzt pass mal auf. Wo ist er? Ist da unten ein PSN-Freund von mir. Zack. Und da kommen wir aus der... Was? Hier rein? Ah, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das kommt dann im nächsten Video. Oder ich werde vielleicht schon vorher eins machen. Haut rein, Leute. Bis dann. Tschau.